liebe leute ich hab mir gerade durch wir sind wieder zurück und es gibt eine neue aufgabe verbinde alle stadtteile mit mindestens einer route erstelle eine rote mit mindestens 22 halte stellen und bediener eine route zwischen einstatt innerhalb von 50 minuten so heißt die mission schnell schnell und wir müssen eine neue route erstellen und ich vermute dass wir machen ich glaube ich es geht geht das alles in einem rutsch kann das das verdient sagen wir beginnen gold island und fangen einmal außen rum wahrscheinlich macht am meisten sind tatsächlich in gut zu beginnen wir nehmen jetzt einmal kurz alles mit von der ausdrüge ich muss jetzt einmal komplett alles mitnehmen dann rüber nach körperport immer das weiß greenwood ja körper wird ach ich lege mich darum sagt weil hier also ich diese haltestelle hat manche angestellten wollen nicht auch das ist doch nicht wahr ist es da ist hier nicht mit annehmen anfahren die haben wir ja komplett ignoriert wenn wir weniger Highlander Park ich habe mich meistens so die alte so habe ich jetzt einmal alles erwischt oder was ich habe hier diese halte stelle noch nicht gut dass ich mir zwischendurch mal noch halte stelle auflasse ich glaube ich habe alle regionen sind auf das problem wie soll ich die in unter 50 minuten schaffen so habe ich jetzt alle einmal ja tatsächlich nicht so 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 da waren wir schon glenrose avenue eucalyptus drive so 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 jetzt die karte könnte jetzt alle abhaken die die rote haben wir schon drin natürlich mit reinnehmen ja leck mich doch am sack die haben wir noch einen chance ich müsste ich mir jetzt alles mit schreiben so was auch was haben wir drinnen eine neue lakeside view center sind anthony ich will ja auch so auf Sand Antony so Sunkis, Coyote Bush und Chuck Smith jeden wird manche halte stellen ich bin ja wie hieß blenrose avenue blenrose at mayfair avenue blenrose at mayfair avenue valley spring high school south falson street wir haben ja einen arnold park gestartet rivera street gallard drive seaview 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 drin eclipse bay zimmer wird so haben wir jetzt einmal alle teile alle alle stadtteile wenn die kostet bringt sie bringt ja richtig geld also dauert 55 minuten ich hoffe dass ich es alle jetzt einmal habe ich hoffe dass es jetzt einmal alle habe da ist irgendwo noch eine drin die fehlt und ich weiß nicht wo das gibt mir gerade auf und sagt dass ich den scheiß jetzt noch mal alles machen darf so lebe ich baue jetzt gerade die expressrouten auf ich fahre doch nicht mal jetzt muss ich mir natürlich aufbauen jetzt muss ich natürlich gucken dass ich jetzt gute wähle ich will doch nur einmal erfüllte nachfrage nachfragen balance gute 48 ich will keine nachmachen man dauer jetzt 47 ist die das war nämlich vermutlich vermutet dass da irgendwo eine alte stelle drin ist die ich nicht die ich noch nicht drin habe irgendwo ist bestimmt irgendwo dann eine stadtteil das ich nicht drin habe ich weiß es ist dass ich die als das ist nicht habe ich weiß aber nicht wo ich starte in arnold park wir haben in indigo eine alte stelle hier nämlich dann haben wir können ja keine halte stelle deswegen so auch nicht auch nicht arnold park ist eine drin machen warum sprichst du denn jetzt wieder zurück ich will die scheiß haltestellen abgehen damit ich glaube ich diese kack mission denn ich hätte ich schließen können die einzelnen nicht wie eine halte stelle ist die 8 warum doch immer die 8 das ist hat er halt so mein gott also an der tag ist eine haltestelle dann weiter indigo die 2 die kun ja warum auch immer der keine die kun ja haben wir eine dann aber hier die drei mit highlander park ist die vier 6 review die fünf sind in turn 6 und 7 also warum alles weggearbeitet god island die 8 die wusch die neuen greenwood sehen copper park an der copper pot eine ja da die 11 bett die 12 billburg die 3 den raleigh research timber which is i know you could space i know see you be just i know sun kisses i know ich krieg gerade ein bisschen die motten weil ich verstehe jetzt gerade nicht warum wir alle haltestellen wo haben wir irgendwo nach wo haben wir die scheiß haltestelle vergessen die spring ist eine drin kunja da oben ist eine drin das war das problem so jetzt müssen wir eine gute schaffen innerhalb von 50 minuten wie auch immer ich die schaffen soll wir müssen das übelste folgen sind zwar hin er sagt mir gerade eine stunde 5 brauchen 15 minuten vorsprung für diese eine route hier ich denke einfach wahrscheinlich viel zu kompliziert und nehmen fast alle und baue ich komplett dazu wie auch immer ich das schaffen soll also gut wir sind so wenigstens folgen da muss noch mal neu alles ansetzen hat man jetzt die neue route ansetzen und dann müssen wir schauen dass wir die irgendwie auf die reihe bekommen wir die schaffen 50 minuten runter zu ballern die alte stelle haben wir die mission erschafft geschafft wenn ich muss man sollte noch mal fahren das kann sein dass es mehrere folgen dauert so bis auf jeden fall bis dahin 14 minuten vorsprung brauchen wir ich kann ja gucken kann ich da nicht nur es einfach einsetzen blöde frage der versuchte fosten kostbar ich habe irgendwo schon wusste noch nichts arbeiten jetzt kann nicht geplant haben nicht geplant habe hat jetzt mich sitzt jetzt sieht man auf die position einfach jetzt sagt mir ein bisschen jetzt aber hüttelt und einfach eine nächste frage noch mal dass ich heute nur ein bisschen sex gemacht habe sonst wird die folge einfach viel zu lange wir haben das schaffen dann naja mal gucken bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017